Hey, wake up. Wake up. Hm, ob der noch lebendig ist? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat er sich hier auf der Tür festgesetzt. Faszinierend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in der Hardware-Hölle. Und hier ist der heilige Gral. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Jetzt ist der Akku leer. Toller Akku. Wofür habe ich dich geladen? Du Blödmann. Nehmen wir einen neuen. Wuh, Wallah-Über-Gang. Ähm, ja. Warum zeige ich euch das hier? Also, hier. Fakten, Fakten, Fakten. Somit 18 für ein halbes Leben aufgenommen. Da steht der PC. Da ist der kleine Bildschirm, an dem ich sitze. Äh, klein. Und hier. Kabel, 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 Kabel. Wird das Signal gewandelt, nachdem es vorher gesplittet wird. Und jetzt sagt der Akku gleich auch Tschüss. Das kann doch alles nicht wahr sein. Irgendwie wird Kabel, Salat und Ravioli sich auf dieser Couch einfinden, um dort zu zocken, live am Samstag, den 13.07.2013 um 21 Uhr auf ravioli.de und kabelsalat-gaming.de oder auf twitch.tv. Und ja, bevor ihr fragt, es wird eine Aufzeichnung geben. Allerdings nur auf unserer Website und nicht bei YouTube. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen aufräumen, glaube ich, weil ich bekomme Besuch. Kabelsalat featuring Ravioli und New Super Luigi U Chaos. Das wird ein Riesenspaß und vielleicht sehen wir den Rechner hier ja auch in Aktion und diese komische Kamera da auch. Und dann werden wir sehen, was euch noch so blüht. Also, behaltet euer Geld, geht nicht tanzen, kauft euch ein paar Chips, was zu saufen und schaltet ein. Ravioli! Ach, 3DFX, 3DFX, 3DFX! 3DFX! Bis zu dreimal schnellere 3D-Verarbeitung! Yeah! Die Vulella-Jungs sind natürlich auch eingeladen. Und John Crack vielleicht auch. Wer weiß das schon? Auf dieser Couch kann man nicht sitzen. Und dieses Board vergisst immer die Uhrzeit. What the? Und dieses Mischpult ist nicht angeschlossen. Nein! Also, Samstag, 13.07.2013. 21 Uhr, Ravioli.de, twitch.tv slash ravioli, kabelsalat-gaming.de. Schaltet ein. Er scheint zahlreich. Es könnte sein, dass es neblig wird. Und lustig. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017